Diese große Maschine ist ein Videoprojektor der Superlative aus den späten 1960er Jahren. Für den damaligen Beschaffungspreis konnte man leicht ein Mehrfamilienhaus kaufen. Wir sprechen im Zusammenhang mit der Videoprojektion gern von Beamern. Das ist aber nur eine übernommene Bezeichnung. Unser Eidophore ist aber tatsächlich ein Beamer im wörtlichen Sinne, denn in seinem Inneren wird ein Elektronenstrahl erzeugt, der das Fernsehbild auf einen rotierenden, mit einem Ölfilm beschichteten Spiegel schreibt. Dazu muss man wissen, dass ein Fernsehbild aus einzelnen Zeilen besteht, die mit sehr hoher Geschwindigkeit absteigend auf einen Bildschirm geschrieben werden. Zwar hat sich die Technik mittlerweile sehr verändert, das Prinzip ist aber gleich geblieben. Durch den Elektronenstrahl wird der Ölfilm gestört, und der rotierende Spiegel reflektiert das Licht an dieser Störstelle, das von einer sehr starken Lichtquelle darauf geworfen wird. Die Leistung der Xenon-Projektionslampe beträgt stolze 2 Kilowatt. Über eine komplizierte optische Anordnung, das sogenannte Barrenprisma, gelangt das Licht zur Projektionsoptik auf den Bildschirm. Auf diesem konnte immerhin ein Bild von 9 x 12 Metern erzeugt werden, und das vor über 50 Jahren. Sprechen wir noch ein wenig über die Technik. Ein Elektronenstrahl kann nur im Hochvakuum erzeugt werden. Dafür hat unser Eidofor eine mechanische Vakuumpumpe für das Vorvakuum und eine Diffusionsvakuumpumpe für das Hochvakuum. Dazu ein rotierender Spiegel in diesem hochdichten Gehäuse, mehr konnte die Raumfahrttechnik in dieser Zeit auch nicht.